Die nehmen keine Autoritäten mehr wahr. Das kriege ich ja auch als Trainer mit. Du musst manchmal echt Egos brechen. Das ist eigentlich gar nicht schön. Das klingt schon sehr brachial. Ja, es ist aber leider so, weil die mit so einem verstörten Bild reinkommen und so selbst überschätzt, was eigentlich auch nicht gesund ist. Ich meine, wenn du rausguckst und dann genau solche Menschen treten andere Menschen über einfach runter. Und dann musst du das Ego erstmal wieder brechen und die wieder grounden und sagen, ey, du bist kein Pfund besser und kein Pfund stärker als irgendjemand anders. Weder in der Gruppe noch alleine. Das, finde ich, lernt man im Ring sehr gut. Im Ring bist du alleine, dann kriegst du auch einmal auf den Deckel und dann weißt du, scheiße, ich bin nur so gut wie das, was ich auch tue und was ich investiere.